hi liebe leute traurige mitteilung ich habe beschlossen dass ich meinen kanal aufgebe mein youtube kanal und nicht mehr euch mit filmchen versorgen werde heute habe ich den schluss gefasst viel mir schwer aber irgendwo alles hat ein ende irgendwann das leben geht weiter und man macht entwickelt sich macht andere dinge ich war jetzt gerade mit meiner frau voll beladen mit dem bus und wir wandern jetzt aus wir wandern aus in die ukraine weil ich will dort helfen und mein leben verändern daher macht's gut liebe leute bis denn haltet die ohren steif